Hey Freunde und herzlich willkommen zurück. Heute ist die Auflösung der 37 Gewinnspiels. Viele von euch warten ja schon sehnsüchtig drauf, wer denn nun endlich gewonnen hat. Es dürfen ja aktuell nur zwei gewinnen. Der eine über Facebook und der zweite über Instagram. Und ihr seid so extrem ausgerastet, ihr habt wieder so extrem viele Kommentare geschrieben. Ihr seid einfach so krank. Ihr seid wirklich einfach durch. Wahnsinn. Also so viele Kommentare hat von uns keiner erwartet. Und selbst der Patrick von 37 war wirklich sprachlos. Und ich würde sagen, bevor ich die Gewinner vorlese, möchte ich euch noch ein kleines Video zeigen. Denn der Patrick ist gerade im Urlaub und er wollte unbedingt noch etwas dazu sagen. Und hat er mir heute Morgen ein WhatsApp-Video zugesendet. Und ich würde sagen, bevor die Gewinner bekannt gegeben werden, schau mal kurz rein, was der Patrick zu sagen hat. Und einmal Gratulation an die Gewinner. Wir hoffen, ihr freut euch über euer Gewinn, über euer Solid 7 Bikeware. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir endlich zwei gefunden haben und die sich jetzt auch mega freuen. Riesen-Danke für diese mega Teilnehmer in diesem Gewinnspiel. Wir haben glaube ich an die 2000, 2500 Kommentare gelesen, versucht zu beantworten. Wir sind einfach nicht näher gekommen. Ihr habt uns einfach mal brutal überrannt. Ey, ihr seid einfach der Hammer. Geil. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass es bei vielen an der Kohle liegt für die Klamotten, für die Bikeware allgemein. Das finden wir natürlich sehr schade. Wir wollen natürlich, dass jeder da draußen eine geile Bikeware hat. Und deswegen möchten wir auch euch unterstützen. Wir haben ab jetzt für 48 Stunden lang einen Rabatt eingerichtet. 50% bekommt ihr ab einem Bestellwert von 100 Euro auf unser ganzes Solid 7 Bikeware. Genau. Mit dem Code Beste Community. Also ihr bekommt mit dem Code Beste Community für 48 Stunden lang 50% auf unsere komplette Solid 7 Bikeware. Ab 100 Euro bestellbar. Das bedeutet, du bestellst für 100 Euro, kriegst du sie für 50. Ist es was? Ist es geil? Wir hoffen. Ihr freut euch genauso, wie wir uns freuen, dass wir euch unterstützen können dabei. So, wenn du diese Aktion geil findest, dann kommentiert doch mal bitte hier drunter. Ich bin ein echter Solid 7 Fan. Wir würden uns mega freuen, wenn wir genauso viele Kommentare abbekommen, hinbekommen, wie ihr uns bei den Gewinnspielen geschickt habt. So, ihr merkt, ich bin immer noch sprachlos und auch ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich. Wir freuen uns auf unsere Teilnahme. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit dem Rabatt und wünscht euch noch ein schönes Wochenende. Ja, alles klar. Bis dann. Also wenn das nicht geil klingt, dann weiß ich auch nicht, dass ich schon fast Sommerschluss verkaufe. 50% ist echt krass und da möchte ich mich auch mal bei dir bedanken, Patrick, dass du das für meine Community machst. Denn ihr müsst das so überlegen, es wird ja nur meine Community damit belohnt, weil kein anderer schaut die Videos. Und wer meine Videos nicht anschaut, weiß von diesem Angebot nichts. Also, ihr habt jetzt die Chance, gut Geld zu sparen und auf jeden Fall noch mal vielen Dank von mir an dich, Patrick, dass du uns so unterstützt. Finde ich eine echt korrekte Sache. Jetzt geht es aber auf jeden Fall los. Jetzt wird der erste bekannt gegeben, der erste Gewinner von Facebook. Und der erste Gewinner ist Stefan Burkhardt. Ich würde gern das komplette Set gewinnen, weil ich noch nie etwas gewonnen habe. Das ist auf jeden Fall echt schade, dass du nie etwas gewonnen hast. Aber jetzt hast du was gewonnen. Und weil ich noch ein paar gute Bike-Klamotten gebrauchen könnte, dann im Voraus findest du eine gute Aktion. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das erste Mal in deinem Leben etwas gewonnen. Und das, was du gewonnen hast, ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Das ist nämlich ein komplettes Outfit von 37. Das heißt, eine Hose, ein Jersey und ein paar Handschuhe deiner Wahl. Herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt richtig geile Bike-Klamotten und siehst auf jeden Fall richtig schick aus, wenn du ein Trail Rocks oder ein Bikepark unterwegs bist. Und der zweite Gewinner ist von Instagram. Und das ist der Filippo Provelli. Ich sollte gewinnen, weil ich gar kein Outfit habe und ich eins unbedingt brauche. Herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt gerade eben dein allererstes Outfit gewonnen. Ich wünsche dir damit richtig viel Spaß. Und an euch beiden, wenn ihr das jetzt sehen solltet, ihr müsst euch um nichts kümmern. Ich werde eure Kontaktdaten an den Patrick weiterleiten. Und wenn ihr Glück habt, meldet er sich vielleicht schon während seinem Urlaub bei euch. Oder dann nach seinem Urlaub meldet er sich bei euch. Und dann könnt ihr alle weitere Sachen ganz zur Ruhe austauschen. Könnt dann die Bekleidung raussuchen, die ihr haben wollt, welche Größe ihr braucht. Und dann habt ihr beide ein komplett nagelneues Outfit von 37. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Aber auch an alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben. Hängt nicht das Gesicht ein. Es können nur zwei Personen ein geblitztes Outfit gewinnen. Das geht leider nicht anders. Aber das Angebot, was der Patrick für uns alle gemacht hat, ist wirklich sensationell. Die nächsten 48 Stunden 50% Rabatt auf einen Bestellwert von 100 Euro. Ist wirklich immens. Den Gewinncode werde ich euch jetzt nochmal einblenden. Merkt euch den Gewinncode. Ihr müsst ihn eingeben. Sonst macht ihr euren größten Fehler des Lebens, wenn ihr den Kunden vergesst. Denn dann bekommt ihr keine 50% Rabatt. Gut, das soll es aber gewesen sein. Das war das Gewinnspiel von 37. Wenn es euch gefallen hat, zeigt den Daumen nach oben. Vielen Dank auf jeden Fall an Patrick. Ich wünsche dir und deinem ganzen Team auf jeden Fall noch ein paar schöne Tage Urlaub. Euch da draußen wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Das Wetter soll ja richtig gut werden. Geht biken. Verletzt euch nicht und habt eine richtig geile Zeit auf und mit dem Bike. Und dann, wenn das Paket angekommen ist, mit euren neuen Klamotten. Das soll es aber gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.